Liebe Claudia, apropos Kunst, apropos Künstler, apropos renommierte junge Künstler, die aller jüngsten Künstler, die haben ein Projekt gestartet, wo du jetzt schon vor Ort bist und ich glaube auch da gibt es schon etwas anzusehen, sofern dich der Wind nicht irgendwo schon in weite Ferne geblasen hat. Claudia, wie geht es dir? Bunte Linien auf der Straße, meine Damen und Herren, werden wir heuer live auf der Weinstraße erleben. Die neuen Mittelschulen der Region und eine slowenische Schule beschäftigen sich gemeinsam mit der Künstlerin Lotte Huppmann mit dem Thema Weinstraße, Grenze und Geschichte. Der Höhepunkt der Aktion wird das Bemalen der Weinstraße sein. Ab Mitte Mai können Sie direkt an der Weinstraße, dort wo vor 60 Jahren die Eröffnung stattgefunden hat, mit bunten Linien auch den Mittelpunkt der Straße erkennen. Wir freuen uns sehr darauf. Wir sind dankbar, dass die Schulen sich bereit erklärt haben, mit dabei zu sein. Deine Lu指en Pайтесьche, symbol angelärAktیں www.dokation.de